Ja, willkommen Mr. Comanajet. Hier, du hast dich ja für mein Spiel interessiert. Und zwar dieses hier. Harry Potter und der Orden des Phönix. Da haben wir, also die CD ist jetzt natürlich da drin. Das Video-Handbuch. Und wir haben hier so eine schicke Karte. Die kann man aufmachen. Da ist dann so ein Bild drin. Das will ich jetzt nicht ganz zeigen. Auf jeden Fall kann man dann erst die Karte zu dem Spiel. Das stimmt auch überein. Das war mein Controller. Ups. So. Dann. So, jetzt hab ich. Mein Händler für den Scheiß. Ich weiß nicht mehr, wo du dran bist, wo ich dran war. Das ist ein gespeicherter Spielstand. Ich weiß nicht mehr, hier lang. Siebter Stock. Da kann man dann halt auch gucken, wo alles ist. Auf der Karte. Ist auch ganz gute Grafik, wenn du einen HD-Fernseher hast. Was ist das? Das ist eine sehr gute Grafik. Da. Da ist aber was Schönes. Ja. Da kommt einer runter. Ich will meine Nase putzen. Das jetzt. Naja. Ja, auf jeden Fall, das Spiel ist einwandfrei, also keine Macken und so, das Spiel läuft einwandfrei ohne Macken, habe ich schon gesagt, gerade wiederholt, dann muss man halt hier Habe ich jetzt schon, ne? Ja, auf jeden Fall Ich bin ein bisschen aus der Übung, habe ich auch lange nicht mehr gespielt Ja, auf jeden Fall, sehr interessantes Spiel für Harry Potter Fans Ich habe es mir gekauft, weil ich dachte, wäre ein sehr gutes Spiel zu Harry Potter Es ist auch sehr gut, muss ich sagen, aber für mich ist es nicht wirklich was Ich kann damit nicht so viel anfangen Uh, fällt einmal runter, wie lustig Ja Ja, egal, auf jeden Fall Sehr gutes Spiel, Mr. Commander Jack Ich wäre froh, wenn du dir was überlegst Ja, wenn du dir überlegst, ob du das Spiel haben möchtest Ich wäre bereit, dir das zu verkaufen Ja Tschüss und auf Wiedersehen von der Klone aus dem 6.5.3.2.1 Seite Tschüss und auf Wiedersehen, Mr. Commander Jack Wenn du es nicht willst, dann schreib bitte in die Kommentare Tschüss und auf Wiedersehen So, wenn du es nicht wünschst, dann schreib bitte in die Kommentare